Vork hat 20 Euro Dankeschön, Fini, mir herzlichen Dank für deinen Support. Du darfst definitiv noch eine Rechnung machen. Wäre cool, wenn du ein wenig mehr auf YouTube machen kannst. Nee, kein Problem mehr, wenn meine Beine gebrochen sind. Oder, da kommt ein Tugenschutzprogramm. Dann kriegt er einen neuen Namen. Ich hatte sowas mal. Ich hab damals, ich war ein gesuchter Mann. Ich hab meinen Namen geändert. Von Miguel Elschloftow und Miguel Elponso. Keiner wusste mehr, wo ich bin. Hat meine Identität geschützt. Du hättest einfach eine Sonnenbrille aufziehen können. Du hätt eine Sonnenbrille aber auch gereicht. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Sie fragen mich, woher sie ist vom Fendi eh. Siehst du da oben, wenn man ganz genau hinguckt? Zwischen den Wolken. Und ich will jetzt kein Verschw... Wer läuft da unten? Okay, erzähl doch weiter. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich umfallen. Das ist mein Kreislaufschwurm. Wir haben dezente Schwächereinfälle. Ja! Mensch! Alles gleich, bedanke mich bei der Juli. Muskelkater, deine Beine. Alles lang, alles gleich. Muskelkater, deine Beine. Ist wenn man so viel Sport macht und wenn man dann... Ach! Kein Magnesium nehmen... Die brauchen wir nicht zum Kissen fallen. Die Beine trainiert man nicht, weil man die im Club nicht sieht. Aber wenn man die Beine... Ah! Wenn man die Beine dann das erste Mal trainiert, nachdem man noch nie Beine trainiert hat, dann ist das schon mal... Ist das irgendeine neue Partydroge? Das wäre mir jetzt neu, aber ich glaube, ich stecke die dann mal lieber hier weg. Ey, schlapp du! Ich sitze im Helikopter! Was? Ich sitze im Helikopter! Was machst du im Helikopter? Ich hab ne Ausbildung! Warum? Weil hier jemand ran vier werden will! Ach so! Okay, ich ruf zurück! Okay, Rabe! Kurz am Flut! Okay! Wow! Ja, ich hab das Problem mal gelöst, ne? Das ist die Butters-Aura. So, verpiss dich. Weck mir der Karre! Kein Lust, dass der hier rumsteht. Wer hat keine Backgebühren bezahlt? Keine Ahnung, was der wollte. Ja, warte, lass mal fragen, was ist der Film? Hola? Uiiiiiii! Ja, alles klar, tschüss! Auf! Hau rein, Bruder! Mach's gut, war schon dich zu sehen! W, H, O, B, W, H, O, B! Er ist schon auf dem Mond angeguckt! Oder? Der liegt da hinten! Dreckig wie ne Nutte, aber das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Ja, wenn die das sagen, dann ich falle hier von die Veranda. Ein schöner weißer Plattenbaum wird langsam grau drauf geschissen, ich werde auch alt und grau im MV. Ach übrigens, der Kerl aus dem ersten war früher mal Rausschmeißer. Seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister. Was isen mit euch? Er ist oft bei der Ella aus dem zweiten, jetzt verkauft sich Fotos von ihm beim Arsch ausweiten. Der Alessio aus dem fünften, kauft sie gerne, er sagt Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Äh, grad zur Tankobahn, Stanley sagte irgendwie, du wolltest noch mit mir sprechen oder irgendwas? Sieh, ich wollte irgendwie mit dir sprechen. Ja, okay. Ich komme. Ja, wenn du willst, kannst du gleich zur Tankobahn kommen oder so. Bin da. Ah, das glaube ich gleich. Das ist gleich. Und da ist er. Oh nein! Nein, 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 nein. Nicht passiert, ich mach das immer so. Aha. Muss ich den Krankenwagen mitbringen? Ähm, noch nicht. Ich hab mich direkt danach wieder umgesucht. Mach den Moonwalk noch einmal. Mhm. Mach's grab. Der Ding schon mal nicht, ja? Boah, das hat auch so lange gebraucht, bis ich das gerade verstanden habe. Leck mich am Arsch, Alter. Letztens hat den schon einer gebracht und ich denk so, warum, weil, was? Kannst dein E-Ding jetzt, was? Oh. Sag einfach... Irgendwie nicht so, wie das sein soll. Was? Ja, ich hab irgendwie, ähm... Ich weiß nicht, was das Problem ist. Du musst immer noch eine Check an die Hände machen für die Funk. Alles wird für das kommen. Alles wird für das kommen. Check. Was zur Hölle war das? Von wo kommst du jetzt? Von vorne oder von hinten? Da wohl es dir am liebsten ist, Baby. Solltest du hier auftauchen, taser ich dich hier so oft, dass deine Eier durchgehend kribbeln in den nächsten zwei Wochen. Das wird so witzig, ne? Was? Ich finde das ein bisschen witzig. Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Was geht, Nala? Mit einer Windel um den Kopf steht der Louis dann im Club. Guckt Spass dich aus der Wäsche wie gekaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass. Ich frag mich, wo du das manchmal immer herholst. Du bist so ein Spass. Du bist so ein Spass. Das ist gut. Das ist cool. Das war ein Spass. Ja. Ja ich weiß nicht. Das war's für ein Spass. Das ist super. Ja ich weiß nicht. ein paar sekunden später das ist eine hochzeit da muss man doch gute laune haben beziehungsweise wenn ich den anzug an haben muss ich ja sagen einen wunderschönen guten abend klang das gut das klang schon mal sehr gut er tötet alles loll 60 in 1 2 runterspringen ich schwöre ja eins zu eins ich weiß nicht will das anstellen immer so zu klingen ich habe bei meinem laptop die kabel getauscht der rechte lautsprecher nimmt die sprache auf dein lautsprecher nimmt die sprache auf ja 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 natürlich hey guys my name is my horse like 2.000 jahre später war nein er verschenkt insgesamt drei subs panda danke auch für deinen sub der defuse hält ja ich musste subs vorlesen was soll ich machen halt den mund wenn du subs kriegen würdest wirst du auch dankbar ich war am subs vorlesen ich liebe B aber ich gehe A es ist kein Problem Yellow, dein Inventory ist sehr gut ja sehr gut Inventory, sehr gut ich mag meine Knife, meine Knife ist ein Tiger so pass mal auf ich höre Hasemos ok Jürg mehr zu Don ja, dann täusche dich nächste in den Armhänger rein und dann verscharr ich dich irgendwo in Usbekistan, also man kommt so.